Ich freue mich, eine wirkliche Besonderheit ankündigen zu können. Zusammen mit Margit Dahlke, meiner ersten Frau, mache ich noch einmal das schon legendäre Urprinzipien-Seminar in Bichel. Das haben wir zum letzten Mal, wie wir die archetypische Medizinausbildung abgeschlossen haben, mit über 300 Leuten dort gemacht. Es gab so viele Nachfragen, ob man nicht doch dieses Seminar noch einmal machen kann, was so vielen Menschen so viel gegeben hat. Margit hat sich jetzt bereit erklärt und wir werden es auch noch einmal machen. Ich freue mich da auch drauf, erstens es mit ihr zu machen, dann auch es für euch zu machen. Das ist natürlich eine ganz besondere Geschichte, in einer sehr intensiven Woche all diesen Urprinzipien in sich zu begegnen, aber auch draußen in vielen Bildern und Filmausschnitten und auf allen möglichen Ebenen, so dass es einem wirklich unter die Haut geht, in Fleisch und Blut übergeht. Also in diesem Sinne, wer diese Chance wahrnehmen will, ist herzlich eingeladen dazu.